Der Eigentümer und Direktor des Zirkus Lo Popolo betrat nach der Vorstellung den Gang hinter den Garderoben. Hier erwartete ihn ein Teil der Truppe. Es galt der Kündigung, Verlängerung oder Änderung abgelaufener Verträge. Die Reiterin Anita Melinatti erlebte den endlich Triumph und Endsieg. Katharina Hoschek ward gekündigt, ganz einfach weggeschickt, auf die Straße gesetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Hoschek! Darf ich doch Sie bitten? Vielen Dank. Frau Hoschek! Frau Hoschek, den Umständen gehorchend, werden sich unsere Wege leider trennen müssen. Haben Sie bitte Verständnis? Mein Zirkusunternehmen ist momentan großen Schwierigkeiten ausgesetzt. Fräulein Hoschek, betrachten Sie diese Kündigung als eine vorübergehende. Frau Hoschek, den Umständen gehorchend haben Sie die Kündigung als eine vorbegehende Kündigung? Das ist es, was ich immer gesagt habe. Was ist das? Das ist es, was ich immer gesagt habe. Was ist das? Es ist es, was ich immer gesagt habe. Es ist es, was ich immer gesagt habe. Das ist es, was ich immer gesagt habe. Das ist es, was ich immer gesagt habe. Das ist es, was ich immer gesagt habe. Mein Gott, Fräulein Horschek, ich muss Sie bedauern. Was werden Sie denn jetzt tun? Ach, irgendwas. Das ist ... Aber das wird jetzt schwer sein. Nein, nein, Frau Anita. Es ist noch etwas viel Schlimmeres dabei. Nein, wie kann auch eine Dame wie Sie sich für ein armes Mädel interessieren? Doch ich möchte Ihnen gerne weiterhelfen. Wenn ich nur wüsste, wie. Sehen Sie, beispielsweise, wenn ich diese Figuren da am ganzen Leibe hätte und ganz dicht, Ich könnte mein Brot auch bequemer haben als mit dem ewigen Reiten. Ich würde zum Varieté gehen. Oder mich einfach ausstellen lassen. Jetzt habe ich meine Verträge. Ich muss schon weitermachen. Nein, sie war ohnehin keine Zirkusdame, diese Katharina Horschek. Sie war ein dummes Mädchen und es scheint hinten nach, dass aus ihr in keinem Falle etwas geworden wäre. Die Melinati erklärte, dass sie selbst sich aufs Tätowieren gut verstehe. Ja, es schien ihr fast am Tätowieren etwas gelegen zu sein. Sie schien daran Vergnügen zu finden. Zumindest diesmal war das der Fall. Sie bezahlte sogar noch für ein paar Tage, solange dauerte ihr Vernichtungswerk, die Rechnung der Horschek in einem Logierhause letzten Ranges. Wenn Sie etwas falsch machen wollen, Vielen Dank. Vielen Dank. Und nun, Damen und Herren, hochgeschätztes Publikum, kommen wir zum absoluten Höhepunkt unserer heutigen Darbietungen. Julia Bastrani, die lebende Bildergalerie in ihrem Tableau mit Kunst und Leben sind vereint. Bitte! Madame Bastrani, öffnen Sie für unser hochgeschätztes Publikum nun die Pforten zur Psychophysik Ihrer Menschlichkeit. Hier links sehen Sie meine Herrschaften, Kaiser Wilhelm II., den Zweiten. Und hier, den Zahn von Russland. Hier rechts sehen Sie Kaiser Franz Josef von Österreich. Wenn Sie sich jetzt bitte erheben, Madame. Und hier hinten erkennt man ganz deutlich das Bildnis eines bedeutenden Dichters. Setzen Sie einer hin. Naturgetreu. Wie kann ein Mensch auf den schrecklichen Einfall kommen, sich derart zurichten zu lassen? Eine Schande. Wie kann ein Mensch auf den schrecklichen Einfall kommen? Wie kann ein Mensch auf den schrecklichen Einfall kommen? Ja! Wie kann ein Mensch auf den schrecklichen Einfall kommen? fouben Sie das jetzt kurz anfangen zu lassen? Warum bere interests Sie? Das Boot wäre sehr, sehr. wordiert nur jetzt von der twentykunden. Er hat einen Mann�argument. Er hat einen Mann Knox lance uncasper구�el. Wie kann ein ей algorithms um Hintern aus dem Schatten zu einem handling? Sie kommt also an über 20-4 Minuten. Das war's für heute. Ich treue alles, was stege, treue alles, was stege. Ich 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 treue alles, was stege. Aber ich möchte Sie schon wieder sehen. Wollen Sie? Sie trafen einander wieder. Das Jahr stieg mit Wärme, der Frühling trat offen in die Straßen mit Lichtprunk. Katharina musste bald die Pelzkrause um den knappen Ausschnitt des Kleides weglassen. Vor dem fünften oder sechsten Zusammentreffen mit ihm fühlte sie bei geringem Warten am vereinbarten Ort der Spannung und Unruhe, ja, sie fühlte sich wie ein zu enges Gefäß mit gährendem Inhalt nicht weit von zu springen. Aber unter allem lag doch eine ängstliche und dunkle Qual, welche bei jeder neuen Annäherung des neuen Freundes stieg. Das war's. 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 Auf zu den Wassertieren! Katarina? Katharina, wenn du wüsstest, ich möchte dir sagen, wie sehr ich dich brauche. Wir könnten es so schön haben, Katharina. Katharina, was hast du denn? Gar nichts. Ja, aber warum? Lass mich. Lass mich jetzt gehen. Und morgen? Ich muss dich wiedersehen. Katharina, ich lebe allein. Wie alles herankommt, so kam auch dies. Ein Treffen mit dem jungen Mann ward ausgemacht, nachmittags um zwei sollte sie bei ihm sein. Noch lag eine Wegstrecke von genügender Länge vor ihr, sodass sie diesem Gehen vorläufig sich hingeben konnte, darin Richtung und Platz fand. Jetzt fühlte sie ihre geschändete Haut wie ein Nesselhemd, ins Fleisch gewachsen, dem in drinnen keine Möglichkeit mehr gebend. Plötzlich aber fiel ihr die gelegentliche Äußerung eines Arztes ein. Es sei nicht möglich, die Tätowierungen zu entfernen, wenn diese über den ganzen Leib sich erstreckten. Schon die Tilgung der Figuren auf kleineren Flächen sei äußerst schmerzhaft und lasse die Haut im verschandelten Zustand zurück. Den ganzen Leib aber von den Bildern zu befreien, die sei ausgeschlossen. Und jetzt war auch das Bild der Melinati da. Schon stieg es herauf und wollte sich durchaus nicht verscheuchen lassen. siehend t romantrin zu Eaton und das bilde. Sie haben jetzt keinen Unterschied, Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die mittleren Jahre meines Lebens verbrachte ich als Inspektor eines Brandschadenversicherungsinstituts, vielfach im Außendienst, wodurch ich eine große Anzahl von Städtchen, Marktflecken und Dörfern kennenlernte. Musik Das Merkwürdigste von diesen Dörfern war Trethofen. Es lag inmitten einer vollkommenen Ebenen Gegend, rundum nicht allzu weit entfernt von mehreren anderen Ortschaften, sodass ich mich im späteren Leben oft darüber verwunderte, wie es denn seine Besonderheiten so scharf hatte bewahren können, denen in den anderen umliegenden Orten nichts von ähnlicher Art an die Seite zu stellen war. Das war's für heute. 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 Vielen Dank. 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 Wie ist es gestattet, um wenig Platz zu nehmen? Gerne. Tadellos! 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 Der Rinskamm! Tadellos! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Guten Morgen, der Herr. Hat der Herr gut geruht? Vielen Dank. Vielen Dank. Was geht jetzt los? Aus einer mich hemmenden Vorsicht unterließ ich die Frage, ob es denn hier so der Brauch sei. Der Wirt schwieg schwermütig. Ich fragte nichts mehr. Ich fragte mich. 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 Vielen Dank. 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 Gibt es nicht. aus dem Ärmel heraus projiziert. Keine starke Nummer. Das kann ich mir bei Ihnen gut vorstellen, Herr Professor. Die Frage ist nur, wie es mit Ihren Mitteln ausschaut. Bekommt man hier zu dieser späten Stunde wohl noch etwas zu speisen? Natürlich, der Herr. Selbstverständlich. Nur Platz nehmen, der Herr. Wenn Sie mir etwas Romadur mit Butter bringen würden. Sehr geehrter Herr. Was darf's denn zu trinken sein? Sodawasser mit Apfelsaft. Einmal Romadur, einmal etwas Butter. Also, die Nummer mit der Karotten, die war wirklich einmalig. Wie machte das, der Korneck? Die Leute sind leicht zu unterhalten. Sie müssen nämlich wissen, die Stammgäste stehen noch ganz unter dem Eindruck der heutigen Zaubervorstellung. Der Fred Korneck war da. Ein riesiger Volk. Der Korneck, den kenn ich. Ah ja. Gehen Sie, nehmen Sie doch am Stammtisch Platz. Die Herrschaften erzählen Ihnen bestimmt gern Näheres über seine Kunststikeln. Kommen's nur. Kommen's nur. Kommen's nur. Gestatten. Winkler. Ich kann Ihnen sagen, eine fabelhafte Zaubervorstellung. Der Korneck. Fabelhaft. Haben Sie ihn schon einmal gesehen? Ja. Ja, ich kenne ihn. Ein ausgezeichneter Dilettant. Ein Dilettant? Ich wollte, ich könnte ein Zehntel davon. Ja, ja. Sehr gut. Sehr gut ist er, der Korneck. Unter den Liebhabern einer der allerbesten. Sind der Herr vielleicht von derselben Branche? Ja. Darf man fragen, worin dann also der Unterschied besteht? Ich meine, die entscheidende Differenz gegenüber einem Liebhaber wie der Herr Hofrat Korneck. Ja, ja. Die Dilettanten. Sie bieten oft erstaunliche Tricks. Auch selbst geschaffene. Aber leider fehlt Ihnen die technische Spitzenausbildung. Das eigentliche Können. Aha. Der Herr ist wohl selber Artist. Ja. Schaut, dass der Hofrat seine ganzen Apparate mitgenommen hat. Sonst täte man sich jetzt was ausleihen. Und der Herr war vielleicht so liebenswürdig, um seine schöne Zauberei zu zeigen. Dazu braucht man nicht immer Apparate. Warum sind Sie denn so spät zu uns gekommen? War der Herr vielleicht vorher in einem anderen Lokal? Nein. Ich war allein. Zuhause. Ach so. Da ist der Herr noch knapp vor der Geistestunde ausgegangen. Ja. Mit dem Augenblicke, da der Fremde beim Tisch Platz genommen hatte, war er mir plötzlich mit einer Lebhaftigkeit, die sich geradezu aufzwang, ja, mit einer Art von feiner, schneidender Sehnsucht seine stille, leere Wohnung hier in der Nähe vor das innere Auge getreten. Die wegen Mottengefahr dicht eingehüllten Foteus und ein großer, spiegelnder Garderobeschrank, der fugenlos schloss und worin sich die Teppiche befanden, doch wehte von daher dann und wann das strichzarte Geist von Kampfer und Naftalin in die verhältnismäßige Kühle des Raums. Allenthalben hing dieser Duft in den Wohnungen, die sich tief nach innen und von der lauten und heißen Straße abgekehrt hatten. Auch dieser Fremde kam aus solch einer einsamen Wohnung. Man roch diese Einsamkeit. Will der Herr nicht doch ein bissl was zaubern? Was würden Sie denn dazu brauchen? Am ehesten werden Sie wohl ein Paket alter Spielkarten haben und eine Handvoll Nägel. Frau Amtsrat, jetzt kommt was. Ich spür's. Ich spür's. Ich spür's. Ich spür's. Wählen Sie eine Karte. Merken Sie sich diese und stecken Sie sie wieder in das Paket zurück. Sie haben sich die von Ihnen freigewählte Karte gemerkt, Kliniksen? Die Frau Elli merkt sich das sicher. Aus dem Wir haben ja die Karte auch gesehen. Seien Sie doch ruhig. Das gibt es nicht. 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 Das ist nicht so. Vielen Dank. In den nächsten Tagen wurde jene Pik 10 an der Wand, die irgendetwas von einem Menetekel an sich gehabt haben musste. Und nur deshalb wohl kam man so oft darauf zurück. Jene Pik 10 also wurde gänzlich zerredet. Es geht mit den großen Künsten nun einmal nicht anders. Man muss mit den kleinen Kiefern so lange an ihnen herumsägen, bis sie wieder zerfallen und hinwegerklärt sind, es ist hier, wenn auch in Miniaturmaßstab, wie bei einem Wunder. Die Künste und Wunder können im Leben nicht bleiben. Sie werden ganz unerträglich. Und am Ende zum abgerungenen Patzen eines Jenseits im Diesseits, der alles erdrückte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.